Weißt du übrigens, was mir einfällt bei der Gelegenheit? Ich wollte dir eine Geschichte erzählen, wir sind ja unter uns, das bleibt auch hier im Saal. Ich habe vor ein paar Monaten drei Typen kennengelernt an einer Bar, so in deinem Alter. Und die haben nach ein paar Gläsern und zwei Runden Ping-Pong, die wir zusammen gespielt haben, behauptet, sie kennen dich. Ach was. Und dann habe ich gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen. Und dann haben sie gesagt, doch, und dann haben sie mich gebeten, das Handy rauszuholen, ein Video aufzunehmen. Und ich habe es gemacht und ich weiß nicht, schau es dir mal an. War es die Flippers? Kann sein, kann sein. Da bin ich mal gespannt. Hi Thomas, hi everyone on the couch and in the audience in Offenburg. We would have loved to be a part of the last ever Decken-Daz show, but unfortunately we couldn't make it. We wish you all a great night, and the best for the future. Thanks. 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 Vielen Dank.